Bei uns ist immer was los, denn unsere Familie ist groß. So wie Marco Polo zieht's uns in die Welt, die uns so sehr gefällt. Und Abenteuer gibt's satt, auch in der Lagunen-Stadt. Drum bleiben wir hier in unserem Revier, beim Stein des Marco Polo. Vereint sind wir schadenlich Solo, so schwören wir uns ein Eid. Für jetzt ist alle Zeit, so vereint sind wir schon auf dem Campo, in der Lagune. Abenteuer auf dem Agusplatz, hinter dem Duschenverlass, in allen Ecken der Stadt. Auf dem Kanal, der Abenteuer, die warten auf uns hier Tag für Tag. Ist der hübsch. Wirklich ein süßes Fisch. Ein richtiger Knuddelhund. Doch, sehr sympathisch. Ein schöner Hund. Und was machen wir jetzt mit ihm? Wir behalten ihn natürlich. Schwören wir auf den Stein des Marco Polo. Wir werden ihn niemals alleine lassen. Niemals. Niemals! Eltern können einen wirklich wahnsinnig enttäuschen. Wenigstens hat die Mutter von Valerio nichts gegen Hunde. Guten Tag, Capitano. Es geht um eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr das sagt, gehen wir. Schlicht und einfach die Familie erpresst. Drei Geschwister verkauft für eine Pizza. Na, was ist? Ist ja gar nicht nötig, Schiff. Du schwörst jetzt auf den Stein des Marco Polo, dass du die ganze Wahrheit sagen wirst. Jetzt lass doch mal die Spörerei, Schiff. Kennt ihr den? Nein. Ja, der kommt mir bekannt vor. Ist das wahr? Du erkennst ihn wieder? Doch, ja. Er läuft mir jedes Mal nach, wenn ich an der Schule vorbeigehe. Kennst du den Namen Adi? Wie er heißt, weiß ich nicht. Aber du magst ihn doch. Klar, sonst würde ich ihn nicht streicheln und Küsschen geben. Tja, und was macht er? Er wedelt mit dem Schwanz. Mein Bruder doch nicht. Aber ich spreche doch von dem Hund. Hey, die glauben jetzt, dass sie tot sind. Es hat geklappt. Sehr gut. Einfach unglaublich. Das sieht aus wie eine richtige Landkarte. Es ist ja auch eine Art Landkarte. Es ist der Lagerplan des Schatzes von Zell. Eine richtige Schatzkarte. Und denkt daran, wer suchet, der findet. Eine Tschumke. Oh, um alles in der Welt findet man einen Tschumke in Venedig. Wie groß ist denn der Fisch? Abenteuer auf dem Markusplatz. Hinter dem Duschenverlass. In allen Ecken der Stadt. Auf dem Kanal kann der Amrialtum. Die warten auf uns hier Tag für Tag. Auf dem是的. Auf dem 하나. Philippein Venedig. Trag das Titel. Untertitelung des ZDF, 2020